Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen am Steuerabend der Wirtschaftskammer Wien. Leider in dieses Jahr in einem anderen Format, als Sie es bisher gewohnt waren, wir werden uns dennoch Mühe geben, Ihnen unsere Inhalte möglichst gut rüberzubringen, auf verständliche Art und Weise. Denn gerade in dem Jahr stehen ja besondere Herausforderungen vor Ihnen oder standen bereits besondere Herausforderungen von Ihnen und wenn zwei Dinge gewiss sind, dann einerseits, dass die Krise vorbeigehen wird und andererseits, dass Sie dafür bezahlen werden müssen. Wir alle müssen dafür bezahlen und damit das möglichst gering für Sie ausfällt, werde ich heute über Steuerstundungen sprechen, Möglichkeiten Steuern später zu zahlen und andererseits auch Steuertipps zum Jahresende vorzustellen. Mein Name ist Philipp Andert, ich bin Steuerberater bei der TPA in Wien und freue mich nun weitere Informationen geben zu dürfen. Zuerst habe ich Ihnen zwei Folien vorbereitet, nur für Ihren Überblick, Sie können die Folien dann später auch noch herunterladen, einen Überblick über Förderungen, die für dieses Jahr für Sie wichtig waren, noch wichtig sein können. Setzen Sie sich früh damit auseinander, es gibt Fristen, die bald ablaufen, Jahresende, Februar nächsten Jahres, die Investitionsprämie, darüber haben Sie bereits gehört, von dem her gehe ich jetzt nicht im Detail auf diese Förderungen ein, nur für Sie ist wichtig, dass Sie sich inhaltlich damit auseinandersetzen oder Ihren Berater kontaktieren. Nun zu meinem ersten Thema. Dieses Jahr war gerade ein besonders schwieriges Jahr, da noch das Jahr 2019 regelmäßig mit guten Einnahmen und guten Gewinnen funktioniert hat, allerdings im Jahr 2020, die weitgehend weggefallen sind für viele Unternehmen. Das ändert nichts daran, dass die Steuern des Vorjahres noch zu bezahlen sind, viele haben die Vorauszahlungen nicht in einer entsprechenden Höhe geleistet. Diese Nachzahlungen von Vorjahren, aber auch laufende Steuern wurden umfangreich von verschiedensten Unternehmen gestundet oder in Raten beglichen. Wir empfehlen Ihnen generell, Ihre Stundungen und Ratenzahlungen bald in Angriff zu nehmen. Es ist davon auszugehen, dass diese Last nicht weniger wird. Fest steht, dass dafür bisher keine Zinsen eingehoben wurden und aus heutiger Sicht werden auch bis 15. Jänner 2021 dafür keine Zinsen eingehoben werden, jedoch danach werden die Stundungszinsen sukzessive angehoben werden. Es ist sinnvoll, sich bereits jetzt einen Rückzahlungsplan zu überlegen. Weitere Erleichterungen im Zusammenhang mit der Steuer waren auch, dass in diesem Jahr keine Säumniszuschläge festgesetzt wurden, das sind Zuschläge für zu spät entrichtete Abgaben, keine Verspätungszuschläge bis 31. August für zu spät eingereichte Erklärungen eingehoben werden, bis zu 10% beträgt der Betrag und auch für das laufende Jahr keine Anspruchszinsen eingehoben werden. Was bedeutet das? Anspruchszinsen werden festgesetzt für die Nachzahlung an Einkommensteuer oder Körperschaftssteuer der Vorjahre. Sie wissen, für das Jahr 2019 müssen Sie bis Ende September eigentlich die Steuer bezahlt haben, da ab 1. Oktober die sogenannten Anspruchszinsen festgesetzt werden. Für das Jahr 2020, sprich die Nachzahlung im Folgejahr, werden keine Anspruchszinsen festgesetzt. Für das Jahr 2018 wurden geringere oder keine Anspruchszinsen festgesetzt, jedoch gibt es aus der heutigen Sicht noch keine gesetzliche Normierung, dass die Anspruchszinsen des Jahres 2019 ausbleiben. Setzen Sie sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung wegen der Nachzahlung des Jahres 2019 und ob man diese nicht besser auf Basis der anderen Zinssätze durch eine Stundung zum Beispiel optimieren kann. Nun darf ich Ihnen über die Steuertipps zum Jahresende einen Überblick geben. Zur Information, Sie finden diese und viele andere auch bei unserem Marktstand später, bei denen wir eine eigene Broschüre auflegen für Steuertipps zum Jahresende und auch viele andere nützliche Steuerinformationen für Sie bereitstellen. Einerseits wissen Sie sicher, es gibt die Möglichkeit geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sofort abzuschreiben. Bis im Jahr 2019 war das möglich bis zu 400 Euro pro Anlagegut. Im Jahr 2020 wurde diese Grenze auf 800 Euro angehoben. Das bedeutet für Sie, tätigen Sie noch eine Investition in das Anlagevermögen, zum Beispiel einen Computer, der weniger als 800 Euro kostet, können Sie den in diesem Jahr zur Grenze steuerlich absetzen. Gerade für einen Ausgabenrechner ist es auch von Interesse, dass diese bestimmte Vorauszahlungen für das nächste Jahr noch dieses Jahr leisten können, um die Steuerlast des aktuellen Jahres zu verringern. Wichtig dabei ist, umgekehrt, sollten Sie dieses Jahr geringe Einnahmen vereinnahmt haben, ist es möglich, bestimmte Zahlungen in das Folgejahr zu verlegen, damit im Folgejahr, wenn wieder mit höheren Einnahmen gerechnet werden kann, eine geringere Steuerlast entsteht. Gerade das Thema der Sozialversicherung ist für viele Unternehmer und Selbstständige ein heikles Thema. Wenn diese nicht von Anfang an korrekt berechnet wird oder Sie richtig eingestuft sind, kann es zu hohen Nachzahlungen in den Folgejahren führen. Einerseits ist es möglich, rechtzeitig die Beitragsgrundlage für Ihre Sozialversicherung, das heißt Ihren Gewinn zu schätzen, der Sozialversicherung mitzuteilen, damit Sie die korrekten Beiträge vorgeschrieben werden. Dies ist nicht nur sinnvoll, dass Sie früher über Ihre Abgaben das Bescheid wissen, sondern diese Zahlungen an die Sozialversicherung sind erst im Jahr der Bezahlung steuerlich abzugsfähig. Deswegen macht es Sinn, einerseits die Beiträge in der korrekten Höhe zu ermitteln. Sollte das noch nicht mehr möglich sein, ist es möglich, laut der Finanzverwaltung eine besondere freiwillige Vorauszahlung auf die Sozialversicherungsbeiträge zu leisten. Damit können Sie diese im Jahr 2020 in diesem Fall noch steuerlich verwerten. Viele Selbständige sind neue Selbständige. Das bedeutet, dass für diese selbständigen Sozialversicherungs-SVS-Beiträge erst festgesetzt werden, wenn Sie eine bestimmte Gewinn- und Umsatzgrenze überschreiten. Wenn Sie diese überschritten haben und dies bereits jetzt wissen, ist es sinnvoll, dies der SVS mitzuteilen, damit die Beiträge noch vorgeschrieben werden. Wird diese Mitteilung zu spät gemacht, kann es Strafzuschläge von bis zu 9,3% zufolge haben. Ein weiteres heikles Thema für viele Selbständigen, die auch nebenbei in einer Anstellung sind, ist, dass sie doppelt Sozialversicherung bezahlen müssen. Einerseits an die Gebietskrankenkasse oder ÖGK mittlerweile durch ihre Anstellung und andererseits an die SVS für ihre selbständigen Tätigkeiten. Überschreiten die beiden, der Gewinn aus der selbständigen Tätigkeit und die Anstellung, die unselbständige Tätigkeit, die beiden Einkünfte, die Höchstbeitragsgrundlage, ist es möglich, einen Antrag auf Differenzvorschreibung zu stellen. Das bedeutet, Ihnen werden Sozialversicherungsbeiträge erstattet. Ein weiterer Tipp, wenn Sie Anlagegüter verkaufen und dadurch einen steuerlichen Gewinn erzielen, ist es möglich, diesen Gewinn durch geschicktes Verschieben in das Folgejahr steuerfrei zu stellen oder auf eine andere Investition zu übertragen. Das hat zur Folge, dass Sie diese Gewinne deutlich später erst versteuern müssen. Ein anderer wichtiger Hinweis seit 2020 ist die pauschale Gewinnermittlung. Das kennen Sie bereits aus der Vergangenheit. Es ist möglich, den Gewinn durch Einnahmen abzüglich pauschaler Ausgaben zu ermitteln. Diese Pauschalsätze wurden ergänzt durch eine neue Pauschalierungsform. Handels- und Produktionsbetriebe können bis zu 45% der Einnahmen pauschales Ausgabe absetzen. Dienstleistungsbetriebe 20% der Einnahmen pauschales Ausgabe berücksichtigen. Da es da einige Dinge zu beachten gibt, kann ich nur auf die TPA-Seite weiter verleiten und Ihnen empfehlen, sich rechtzeitig damit auseinanderzusetzen. Ein wichtiges Thema auch bei vielen Privatpersonen, aber auch bei Unternehmen ist die steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden. Sie wissen bereits, wenn Sie an bestimmte Spendenorganisationen spenden, ist es wichtig, dort Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum anzugeben, da diese Spenden an das Finanzamt übermittelt werden. Nur dann können diese als Sonderausgabe berücksichtigt werden. Andererseits ist es auch möglich und eventuell sinnvoll, diese Spenden aus dem Betriebsvermögen zu tätigen, denn wird es nicht als Sonderausgabe berücksichtigt, sondern es mindert Ihren steuerpflichtigen Gewinn. Warum ist dieser Unterschied von Relevanz? In dem Fall reduziert dies auch die Beitragsgrundlage für Ihre Sozialversicherungsbeiträge. Von daher ist es nicht nur steuermindert, sondern kann auch Ihre Sozialversicherungsbeiträge reduzieren. Ein Dauerbrenner in jeder Steuererklärung sind auch die außergewöhnlichen Belastungen. Das sind zum Beispiel in der Regel auch Krankheitskosten, Pflegekosten, aber oft handelt es sich um Zahnarztkosten in der Praxis, die nicht von der Krankenkasse oder von der ÖGK übernommen werden. Ich sehe jeden Tag, dass viele eine Zahlungsvereinbarung mit ihrem Zahnarzt vereinbaren und diese Rechnungen auf mehrere Raten entrichten. Aus steuerlicher Sicht ist es nicht sinnvoll, auch wenn es schwierig ist, hohe Beträge auf einmal zu stemmen. Diese Rechnungen können steuerlich abzugsfähig sein als außergewöhnliche Belastung. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass diese außergewöhnlichen Belastungen erst steuerlich abzugsfähig werden, wenn diese einen bestimmten Selbstbehalt übersteigen. Der Selbstbehalt bemisst sich an Höhe Ihres Einkommens. Das bedeutet, wenn Sie das über mehrere Jahre verteilt absetzen, ist es gut möglich und in der Regel der Fall, dass diese Ausgaben sich steuerlich nicht auswirken, da Sie den Selbstbehalt nicht erreichen. Zahlen Sie jedoch auf einmal hohe Arztrechnungen, ist es in der Regel der Fall, dass Sie diesen Selbstbehalt übersteigen. Eine wichtige Neuerung auch im Jahr 2020 im Sinne der Umsatzsteuer. Viele österreichische Kleinunternehmen agieren umsatzsteuerfrei oder verrechnen umsatzsteuerfrei. Der Hintergrund ist die sogenannte Kleinunternehmergrenze. Sie kennen das bisher, weil die Grenze 30.000 Euro, diese wurde auf 35.000 Euro angehoben. Das bedeutet, einerseits müssen Sie für Ihre Leistungen keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen, andererseits erhalten Sie vom Finanzamt aber auch keine Umsatzsteuer erstattet. Dies ist oft sinnvoll, wenn Sie hauptsächlich an Privatpersonen verrechnen oder an Unternehmen, die selbst nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Nun gibt es oft am Jahresende die Anfrage, ich habe jetzt schon 30.000 Euro Umsatz, wie soll ich damit umgehen, ich möchte jetzt noch eine Rechnung legen, darf ich das, kann ich dann immer noch umsatzsteuerfrei die Rechnung ausstellen? Die Antwort ist ja. In der Regel werden diese Leistungen, würde Umsatzsteuer abgeführt werden, mit 20% Umsatzsteuer verrechnet werden. Wenn das bei Ihren Leistungen, die Sie erbringen auch der Fall ist, ist es wichtig zu wissen, dass diese 35.000 Euro seit 2020 ein Nettobetrag sind. Das bedeutet, man kann diese fiktive Umsatzsteuer noch aufschlagen. Das hat zum Ergebnis, dass Sie bis zu 42.000 Euro noch vereinnahmen dürfen, um dennoch als Kleinunternehmer weiter zu gelten. Allerdings gibt es eine weitere Begünstigung. Innerhalb von fünf Jahren kann und darf diese Grenze um 15% überstiegen werden. Das bedeutet, wenn Sie 20% umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen, dass die Kleinunternehmer-Grenze unter Umständen 48.300 Euro beträgt. Von dem her ist es in der Regel der Fall, noch weitere Einnahmen zu generieren, ohne die Begünstigung als Kleinunternehmer zu verlieren. Noch ein Hinweis für Geschäftsführer von Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Sie wissen, Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter unterliegen regelmäßig der Kapitalertragssteuer von 27,5%. Diese kann, je nach Konstellation im eigenen Unternehmen, auch als steuerfreie Einlagenrückzahlung qualifiziert oder gestaltet werden. Da dies stark von der Vergangenheit des Unternehmens abhängig ist, ist es wichtig, diesen Schritt vorher genau zu planen und zu besprechen. Ein anderer Hinweis für GmbH-Geschäftsführer, falls Ihnen das Konzept der Gruppenbesteuerung noch nicht bekannt ist, sollten Sie zwei Gesellschaften mit beschränkter Haftung haben, also mindestens zwei. Und die eine erzielt einen steuerlichen Gewinn, die andere einen steuerlichen Verlust, wäre das Ergebnis ohne die Gruppenbesteuerung, dass die gewinnträchtige GmbH Steuern zu bezahlen hat und die andere keine Steuern zu bezahlen hat, aber die Verluste ins Leere gehen. Mit der Gruppenbesteuerung werden die Ergebnisse der beiden GmbHs addiert und im Idealfall fällt keine Steuerlast an, wenn die Verluste zur Gänze mit dem anderen Gruppenmitglied verrechnet werden können. Ein wichtiger Hinweis, ein Antrag auf Gruppenbesteuerung ist noch bis Jahresende möglich, sonst ist es erst für das Jahr 2021 möglich. Für die meisten Unternehmen oder für fast alle Unternehmen ist es möglich, Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen ist ein Begriff, der jetzt kompliziert klingt, aber in Wahrheit geht es nur darum, in diesem Jahr noch Ausgaben zu berücksichtigen, die erst im nächsten Jahr anfallen. Besonders oft wird übersehen, dass die Mitarbeiter im Unternehmen ihren Urlaub nicht verbraucht haben oder noch Zeitausgleich auf ihrem Zeitkonto haben und das bedeutet, in diesem Jahr haben die Mitarbeiter mehr gearbeitet und deswegen kann auch der steuerliche Gewinn entsprechend noch von ihrem Unternehmen verringert werden. Diese Rückstellungsberechnung ist oft verpflichtend, bei manchen freiwillig, von dem ersetzen sie sich rechtzeitig mit dem Thema auseinander, damit sie auch in den Genuss von dieser steuerminnenden Maßnahme kommen. Jetzt noch ein kleiner Hinweis für alle, die Mitarbeiter beschäftigen und diese Mitarbeiter unter besonderem Einsatz in diesem Jahr das Unternehmen noch weiter getragen haben oder unterstützt haben. Für diese Mitarbeiter ist es möglich, eine steuerfreie Prämie auszuzahlen, bis zu 3.000 Euro. Nicht nur steuerfrei für die Mitarbeiter, damit keine Lohnsteuer und keine Sozialversicherung anfällt, sondern auch für ihr Unternehmen kann diese Prämie ohne Lohnnebenkosten ausbezahlt werden. Wichtig ist, diese Prämie darf nicht oder kann nicht an jeden Mitarbeiter steuerfrei ausbezahlt werden. Da einige Kriterien überprüft werden müssen, von dem her ist es sinnvoll, sich rechtzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es gilt nur noch bis Jahresende diese Prämie auszuzahlen. Ein Thema, das in der Beratungspraxis oft kommt und sich viele, gerade Jungunternehmer stellen, ist die Rechtsformwahl. Bleibe ich als Einzelunternehmer? Soll ich eine GmbH gründen? Ab wann ist es sinnvoll, eine GmbH zu gründen? Ich kann über dieses Thema, die im Ausmaß, das es verdient, heute nicht sprechen. Ich kann Ihnen jedoch empfehlen, unsere Seite zu besuchen. Auf der Folie ist es verlinkt. Dort können Sie unseren Rechtsformrechner ausprobieren. Dort ist es möglich, Einnahmen und Ausgaben und andere Kriterien einzugeben und es wird ein Steuerlastvergleich für Sie berechnet. Das wichtigste Thema am Jahresende ist der Gewinnfreibetrag. Eigentlich müsste ich diesem Thema deutlich mehr Zeit einräumen, allerdings wird der Kollege der erste Group, Mag. Köckeis, einen ausführlichen Vortrag darüber halten. Mir ist es nur wichtig, die allerelementarsten Punkte vorzustellen. Mit dem Gewinnfreibetrag ist es möglich, bis zu 13% Ihres Gewinns steuerfrei zu stellen. Das ist nur dann möglich, wenn Sie bestimmte Investitionen getätigt haben in das Anlagevermögen. Darunter fallen auch Wertpapiere. Diese Investition muss schon während dem Jahr berechnet werden, dass Sie diese Investition ja bis Jahresende getätigt haben müssen. Setzen Sie sich rechtzeitig mit dem Thema auseinander. Diese Investitionen müssen auch eine bestimmte Anzahl an Jahre, vier Jahre im Unternehmen gehalten werden. Der emissionsbedingte Gewinnfreibetrag ist nicht möglich bei der pauschalen Gewinnermittlung. Und jetzt höre ich auch schon auf mit dem Thema, der Herr Mag. Köckeis, der erste Group, wird Ihnen das gerne weiter erläutern. Damit komme ich zum Ende meines Vortrags. Ich mag mich sehr herzlich für die Möglichkeit bedanken, obwohl ob der schwierigen Zeiten dennoch Ihnen wichtige Themen weiterzubringen und möchte Sie gerne noch einmal einladen, unseren virtuellen Stand zu besuchen, da dort einige sehr wertvolle Broschüren kostenlos für Sie zur Verfügung stehen. Vielen Dank und alles Gute!